Ich will Physiotherapeutin werden, weil ich mich schon immer viel für Gesundheit und Bewegung interessiert habe und da großen Wert darauf lege. Und weil Physiotherapie eben ein Beruf ist, wo man einen wesentlichen Teil dazu beitragen kann, die Lebensqualität von Patienten zu verbessern. Mir gefällt an Physiotherapie besonders, dass man ein sehr breites Spektrum lernt in der Ausbildung und viel Praxis dabei hat. Also zum Beispiel in einem Praktikum im Krankenhaus kann man super, alles was man lernt, eigentlich gleich anwenden, weil man eben so viele verschiedene Patienten auch kriegt mit verschiedenen Krankheitsbildern. Nach der Ausbildung führe ich mich in irgendeiner Reha-Klinik oder Praxis, wo man Patienten relativ ganzheitlich behandeln kann.